Die Urgeschichte Österreichs reicht vom ersten Nachweis der Anwesenheit von Menschen auf österreichischem Boden bis zum Einsetzen der durch Schriftquellen belegbaren Geschichte, also bis zur Eroberung durch das Römische Reich. Dies umfasst etwa einen Zeitraum von vor 300.000 Jahren bis um Christi Geburt. Auch aufgrund der geografischen Besonderheiten war Österreich nicht zu allen Epochen gleichmäßig dicht besiedelt und einheitlich kulturell geprägt. Paläolithikum Während der Eiszeiten war der Alpenraum vergletschert und primär eisfreie Gebiete wurden von Menschen begangen. Die ältesten Spuren von Menschen von vor 300.000 Jahren stammen aus der Ripolusthöhle in der Steiermark. Etwa 70.000 Jahre alte Spuren des Neandertalers sind aus der Gudenoshöhle im nordwestlichen Niederösterreich bekannt. Über 50% der bisherigen altsteinzeitlichen Funde stammen aus den zumeist jungpaleolithischen Freilandstationen Niederösterreichs. Neben den zahlreichen Spuren der jungpaleolithischen Steingeräteherstellung sind in Grupp bei Stillfried und Stratzing auch seltene Nachweise von zeltartigen Behausungen gelungen. Besonderheiten sind Kunstwerke aus dieser Zeit. Die 1988 entdeckte Statuette aus der Orinia-Sieng-Station von Stratzing-Krimsreberg ist eine 7,2 cm große Reliefplastik aus grünlichem Amphibolit-Schiefer. Sie ist rund 32.000 Jahre alt und fügt sich nicht in das gängige Bild fettleibiger Frauen dieser Epoche ein. Wie die aus Galgstein gefertigte und ehemals rot bemalte Venus von Willendorf menschliche Skelettreste aus der Altsteinzeit sind sehr selten. Sie sind in Österreich erst für das Jungpaleolithikum der Zeit des jetzt Menschen Homo Sapiens nachgewiesen. Im 19. Jahrhundert wurde in Spitz-Miesling-Tal und am Krims-Hundsteig Menschenknochen gefunden, die aber aus Aberglaube und Unkenntnis zerstört wurden. Weitere spärliche Relikte stammen aus Willendorf, Axbach und Schletz. Im Herbst 2005 wurde bei Ausgrabung der Gravätzien-Station Krims-Wachtberg eine 27.000 Jahre alte Säuglingsdoppelbestattung entdeckt. Die Kleinkinder waren mit Rötel unter einem Mammutschulterblatt gemeinsam und in gleicher Haltung bestattet worden. Eine Kette mit tropfenförmigen Elfenbeinperlen gehörte zur Grabhausstattung. Die älteste Epoche der menschlichen Geschichte endet in Österreich vor rund 10.000 Jahren. Mesolithikum Fundplätze des Mesolithikums sind bisher wenige bekannt. Im Bodensee-Rheintal wurden mesolithisch genutzte Abriss untersucht. Aufsammlungen zeigen, dass auch mit hochgelegenen Fundstellen in Nordtirol, Tuxajoch zu rechnen ist. Zu den frühmesolithischen Fundstellen gehören unter anderem Salzburg, Mexklan, Kamek, Limberg und Bisamberg. In Elsbeeten bei Salzburg wurde bei der Untersuchung eines Abriss eine Kinderbestattung aus dem Spätmesolithikum entdeckt. Ebenfalls an die Schwelle zur frühen Jungsteinzeit sind die Fundstellen von Rheinbalme bei Koblach, Neusiedel am See und Mühlfeld zu datieren. Neolithikum Während der Jungsteinzeit wurden vorrangig diejenigen Regionen Österreichs besiedelt, in denen die Bodenbearbeitung möglich war. Fundstätten der ersten mitteleuropäischen bäuerlichen Kultur der Linearbandkeramik wurden vor allem in Niederösterreich und im Burgenland nachgewiesen. Eine kleinere Häufung von Fundorten tritt allerdings in Oberösterreich auf. Nördlich von Wien ballen sie sich entlang der Flüsse Kamp, Pulkau und Zaja sowie an Schmieda und Göllers, südlich davon an Leiter und Triesting. Westlich von Wien und südlich der Donau findet sich eine Verdichtung an Reisen und Pilach. In Oberösterreich wurden bisher erheblich weniger Städten ausgegraben, jedoch fanden sich Hinweise auf das Frühneolithikum in Leonding und Ruzing. Die Konzentration um den Linzer Zentralraum bestand bis in das Spätneolithikum. Westlich von Linz findet man erst in Niederbayern Dorf Reste der Linearbandkeramika. Dabei stammen die Ältesten von ihnen aus dem 6. Jahrtausend vor Christus, diese ältere Phase I. Auch Ältestes und Älteres Neolithikum genannt heißt hier auch vor Notenkopf, während die Phase II, das jüngere Neolithikum als Notenkopf bezeichnet wird, in den inneralpinen Gebieten stehen solche Nachweise noch aus. Deutlich stärker sind in dieser Zeit die Einflüsse aus dem Osten, doch erwies sich am Fundort Brunn am Gebirge, Dass die Linearbandkeramik auch von starken lokalen Einflüssen geprägt wurde, ähnliches gilt für die Spätphase. Neben unbefestigten Siedlungen sind auch mit bis zu dreifachen Grabensystemen befestigte Plätze in Niederösterreich mehrfach nachgewiesen. Der älteste Bergbau datiert in den mittleren Abschnitt der Jungsteinzeit. Auf der Antonshöhe in Mauer im 23. Wiener Gemeindebezirk, Am Flohberg und am Rotenberg im 13. Wiener Gemeindebezirk wurde Radio Lerat im Tagebau und unter Tagebau gewonnen. Im Graben, der die Siedlung von Schletz umgab, fanden sich zahlreiche Tote. Das Altersspektrum der Toten, deren Verletzungen durch Schulleisten keilert die Tatsache, dass eine reguläre Bestattung der Leichen ausblieb, blieb die Skelette Wiesenverbissspuren von Aasfressern auf sowie das Auflassen der Siedlung, weisen auf einen kriegerischen Überfall oder auf einen Opferkult hin. Im 5. Jahrtausend wird der Westen Österreichs von der Rössener Kultur neolithisiert. Weiter im Osten wird während der bemalt Keramik-Lengel-Kultur die Siedlungstätigkeit bis in die Becken- und Talernschaften der Steiermark. Kärntens und Salzburgs ausgeweitet Kärnten weist zudem oberitalische Einflüsse auf. Namensgebend für diesen mittleren Zeithabschnitt der Jungsteinzeit ist die Sitte, Keramiken mit dekorativen, geometrischen Mustern zu bemalen. In der älteren Phase gelb-schwarz-rot, in der jüngeren weiß-rot. Das breite Gefäßspektrum wird durch hohe Fußschüsseln, kleine würfelförmige Gefäße, Deckel und Griffe in Tier- und Menschengestalt besonders auffällig. Frauenfiguren aus gebranntem Ton Das Aufkommen ist gegenüber den altsteinzeitlichen Frauendarstellungen sehr häufig werden mit breiten Hüften, waagrecht abstehenden stumme Lammen, zierlichen Brüsten und kleinen Köpfen dargestellt. Ritzungen und oder Bemalungen deuten Bekleidung und Schmuck an. Chocolitikum Kupferzeitliche Erzsucher dürften bei der Erschließung der inneralpinen Gebiete von Anfang an eine Rolle gespielt haben. Die ältesten Artefakte aus Kupfer dürften aus dem Karpatenbecken nach Österreich verhandelt worden sein. Kleine Perlen aus einem Kindergrab bei Bisamberg sowie der Depotfund von Stollhof gehören zu den wenigen Metallfunden dieser Zeit. Der Osten und Südosten Österreichs wird vom Balkan und aus dem Karpatenbecken beeinflusst. Der Westen profitiert von den Michelsberger Kultur und Pfünner Kultur. Während der Kupferzeit formen sich die inneralpine Mondseekultur mit ihren Pfahlbauten und Seeuferrandsiedlungen sowie die Pannonisch-Karpatenländische Badener Kultur mit Höhensiedlungen. Der Fund eines zu Lebzeiten des Mannes erfolgreich verlaufenden Schabtrepernation stammt aus Zillingtal und gehört der Badener Kultur an. Gusslöffel in Befunden der Mondseekultur sprechen für den Anteil der Pfahlbaukulturen an der Lagerstättenprospektion. Kupferverarbeitung und Transport über Wasserrouten sowie den Alpenhauptkamm. Die Klimaverschlechterung und der damit verbundene Anstieg des Wasserspiegels im Laufe der späten Kupferzeit dürfte zur Aufgabe der Seeuferrandsiedlungen geführt haben. Die von Nordosteuropa, Polen, Deutschland, Böhmen, Meeren bis Österreich verbreitete Kultur der Schnurkeramik steht mit der Glockenbecherkultur bereits an der Schwelle zur Frühbronzezeit. Die typischen glockenförmigen, zonalverzierten Gefäße dieser Zeit sowie steinernen oder knöchernen Armschutzplatten für Bogenschützen sind auch in Österreich mehrfach gefunden worden. Bronzezeit. Die kulturelle Vielfalt der brossezeitlichen Gruppen wird auch durch die geografischen Möglichkeiten von umliegenden kulturellen Einflüssen bestimmt. Die Kulturgruppen werden zumeist durch ihre Keramikprodukte, meist Tassenformen, definiert. Frühe Bronzezeit. So ist Niederösterreich während der Frühbronzezeit zwischen 2300 und 1600 v. Chr. in drei Provinzen aufgegliedert. Zwischen Enz und Wienerwald liegt das Gebiet der Unterwölplinger Kulturgruppe, die in Oberösterreich vom Straubinger Bereich beeinflusst wird. Östlich des Wienerwaldes ist die Wieselbürgerkultur verbreitet, deren Kulturträger leichteren, getriebenen Bronzeschmuck verwendeten. Nördlich der Donau liegt das Einflussgebiet der Aungertitzer Kultur, die Menschen in diesem Gebiet bevorzugten gegossenen, schweren Schmuck. Entlang von Handelswegen und im Umfeld von Lagerstätten fallen die Ausstattungen reicher aus. Unter den Siedlungen nehmen gut befestigte Wallanlagen wie in Böheimkirchen eine Sonderstellung ein. Sie sind Beispiele für den gesellschaftlichen Wandel in Bauern, Handwerker, Händler, Krieger. Der Epine-Kupferbergbau ist in der Grauwackenzone in Schwarz auf der Kelchalm am Mitterberg und am Peinergebiet nachgewiesen. Die vorherrschende Bestattungsszette ist es, die Toten in Seitenlage mit angehockten Beinen beizusetzen. Auf größeren Gräberfeldern können Orientierungsregeln festgestellt werden. Die Toten wurden oft geschlechtsspezifisch auf die linke oder rechte Seite gelegt, wobei eine bestimmte Blickrichtung beibehalten wurde. Im Westen Österreichs wurden Frauen daher eher auf der rechten Seite mit dem Kopf nach Süden und Männer vermehrt auf der linken Seite mit dem Kopf nach Norden sowie beide Geschlechter mit Blick nach Osten bestattet. Im Osten lassen sich innerhalb der Gräberfelder einheitlichere Bestattungssitten feststellen. Diese sind aber andere Besonderheiten der jeweiligen Kulturgruppe geprägt. Bekannt sind aus dieser Zeit vor allem die Schmuck-Assambles aus Bronze, Knochen, Muschel- und Schneckenschmuck der Frauengräber von Franzhausen in Niederösterreich. Auffällig darunter sind die noch erhaltenen Bronzebleche der einstigen Kopfbedeckungen. Mittlere Bronzezeit Am Ende der frühen und an der Schwelle zur mittleren Bronzezeit sprechen erste Funde von Trensenteilen für die Nutzung von Pferden. Möglicherweise auch im Zusammenhang mit zweirittrigen Streitwagen. Ostösterreich ist zu Beginn der Mittelbronzezeit nördlich der Donau mit der Viterow-Kultur der Hügelgräberkultur Südmeerens und Westslowakei verbunden. Südlich der Donau sind Einflüsse des Karpatenbeckens und der Lausitzer Kultur spürbar. Die Dolche der Frühbronzezeit werden durch teils prachtvoll verzierte Schwerter abgelöst, der Bronzeschmuck wird deutlich größer und wird als Hals, Brustarm und Beinschmuck getragen, Metallgürtel und Diademe wie in die drei prächtigen Exemplare von Pitten sind nicht die Regel. Große Brosse Spieralen für Arme und Beine, Bronzebeschläge mit Mittelstachel sind dagegen häufig. Auch die Keramik der mittleren Bronzezeit wird verzierungsreicher. Verstorbene werden unter Grabhügeln bestattet. Anfänglich sind diese Bestattungen Körpergräber, später wird zur Brandbestattung übergegangen. Einzelfunde wie das Thron-Trommelförmige Kultgerät von Haschendorf sind rätselhafte Zeugnisse des kultischen Lebens. Späte Bronzezeit Die Späte Bronzezeit wird aufgrund der vorherrschenden Bestattungssitte auch Urnenfelderzeit genannt. Der nordalpine Raum gehört zum Kerngebiet der Urnenfelderkultur. In Vorarlberg und südlich des Alpenhauptkammes von Engadin, Südtirol bis Kärnten ist zusätzlich Keramik des Typs Logmelaun gebräuchlich. Während der Urnenfelderzeit wurden die Toten in ihrer Tracht verbrannt und die Scheiterhaufenreste in Urnen beigesetzt. Anfangs noch unter größeren Grabhügeln wie die der KKK-Kultur zugehörigen Hügelgräbergruppe von Siegendorf. Werden diese später von Flachgräbern abgelöst, im inneralpinen Raum werden Steinkisten aus größeren Platten gebaut. Außerhalb dieses Gebietes sind Steinkisten wie der mit Ritzmusternfase Henefund von Mannersdorf am Leitagebirge oder der Ritz verzierte Grabstein. Von ihr mit selten Pferdezaumzeuge weisen auf intensive Beziehungen zum Kapertenbecken. Während der Urnenfelderzeit häufen sich Metalldepots, die sowohl Altwaren als auch gussfrische Produkte enthalten können. Am Passlück wurde in einem Depotfund ein Gusskuchen, Werkzeuge und ein Helm mit Kamm und Wangenklappen entdeckt. Der Fund wird als Wahlgabe nach erfolgreicher Passüberquerung interpretiert. Große, gut befestigte Wallanlagen wie in Stillfried oder die Schanze von Thunau am Kamp sind Zentralorte, die auch während der Eisenzeit ihre Bedeutung beibehalten. Bereits zur Zeit der Urnenfelder Kultur wurde in der Nordgruppe des für die nachfolgende Eisenzeit so bedeutenden Bergwerks von Heilstadt-Salz abgebaut. Durch die Salzkonservierung haben sich organische Materialien wie Tragsäcke aus Rindshaut zu Fackeln gebündelte Kienspannreste, Gewebestücke von Gewändern, Fellmützen, Essensreste und auch Code sowie benutztes und unbenutztes WC-Papier aus praktisch gebündelten Pestwurzblättern erhalten. Eisenzeit Die Eisenzeit wird zweigeteilt. Die ältere Eisenzeit wurde nach dem berühmten oberösterreichischen Gräberfeld- und Salzbergbau von Hallstatt benannt. Die jüngere Eisenzeit nach einem Fundort in der Schweiz ladene Kultur. Hallstatt-Kultur Im mediterranen Raum breiteten sich während der Hallstattzeit Stadtkulturen aus im Alpenraum entstandenen gleichzeitig Eisen-, Blei- und Salzzentren. Die Hallstatt-Kultur war über fast ganz Mitteleuropa verbreitet und wird in zwei Formen Kreise unterschieden. Der West- und Ost-Hallstadt-Kreis wird durch die Flüsse ins Yps und in getrennt. Der West-Hallstadt-Kreis stand in Kontakt mit den griechischen Kolonien an der Ligurischen Küste. In den Alpen werden Kontakte zu den Etruskern und den unter griechischem Einfluss stehenden Regionen in Italien gepflogen. Der Osten hatte enge Verbindungen zu den Steppenvölkern, die vom Karpatenbecken bis zu den südrussischen Steppengebieten beheimatet waren. Der Salzabbau von Hallstatt wurde in der Ostgruppe aufgenommen. Auch hier fanden sich zahlreiche Spuren organischen Materials, die gute Schlüsse auf Abbautechnik, Verwaltung des Bergwerks und vor allem den Alltag der Bergleute zu lassen. Kennzeichnende Funde sind flache, breite Kienspäne, Knieholzschäftungen, mit schlanken Stier für bronzenen Lappenpickel, Schaufeln mit ovalen Blatt, Fellbeutel, Zipfel oder baskenmützenartige Kopfbedeckungen sowie herzförmige Abbauspuren. Ein weiteres bedeutendes Gräberfeld befindet sich am Burgstahlkogel bei Klein-Klein nahe Leibniz. Die Westgruppe wurde durch den modernen Bergbau am frühesten zerstört und ist am wenigsten erforscht. Die Funde im Gräberfeld von Hallstatt spiegeln durch den Salzhandel entstanden Wohlstand und die weitreichende Handelsbeziehungen. Importierten Luxusgüter sind Wein, Speisen, Bronze, Geschirr, Glas, Seidenstoffe und Brokate, Bernstein von Nord- und Ostsee und Elfenbein aus Afrika. Das Repräsentationsbedürfnis und damit verbundene prachtvolle Hofhaltung der reichen Oberschicht wird durch szenische Darstellungen auf. Bronzeobjekten deutlich. Naturalistisch verzierte Bronze-Eimer wie die Situla von Kuvan, die bereits den Übergang zur jüngeren Eisenzeit markiert. Oder die Situla von Weltselach gehörten einst zu mehrteiligen Weinzirrwissen, die aus Transport- und Mischgefäßen, sieben, Schöpfkellen oder Gefäßen und Trinkschalen bestanden. Die Darstellungen zeigen Wettkämpfe, bewaffnete Krieger, Prozessionen, Jacken, Gastmale und vieles mehr. Gürtelbleche und Hacken, Schwerter und Dolchscheiden sowie Fiebeln konnten ebenso figürlich, manchmal mit erotischen Motiven, verziert sein. Bildliche, aber stilisiertere Darstellungen von Alltagsszenen kommen auch auf Keramik vor. Grabhausstattungen und Bildquellen zeigen, dass Männer Mützen oder breitkrimpige Hüte und knielange Obergewänder, die mit Gürtel gehalten wurden, trugen, Bronzenadeln hielten Umhänge auf der Brust zusammen. Reiche Männer des Westkreises trugen einen goldenen Halsreif. Die Bewaffnung waren Schwerter und später Dolche. Reiterkrieger mit Streitagst und Lanze, Pfeil und Bogen kamen später noch dazu, sind typisch für den Osten. Die Ausstattung wurde durch Helme und Brustpanzer ergänzt. Lange mit Nadeln in den Haaren befestigte Schleier gehören zur Frauentracht. Die Frisuren wurden mit Lockenringen aus Bronze oder Gold gehalten. Die Kleider waren knöchellang und wurden durch Fiebeln verschlossen. Reiche Frauen trugen wertvolle und recht schwere Arm- und Fußreife, Fingerringe, Fiebeln mit Klapperblechen. Halsketten mit zahlreichen kleinen Anhängern aus Gold und Bronze, Glas sowie Bernsteinperlen sowie Gürtel aus Bronzeblech. Flachgräber, Hügelgräber mit Holzkammern mit Brand- oder Körperbestattungen haben gemeinsam, dass im Zuge der Beisetzung sämtliche Beigaben für die Trauergäste gut sichtbar arrangiert wurden. Typisch für den Westkreis ist die Wagenbestattung. In Frauengräbern des Ostkreises kommen häufig Feuerböcke vor. Männergräber können Stierkopfgefäße enthalten. Die Keramik dieser Zeit ist oft schwarz-rot mit geometrischen Mustern bemalt. Im Ostkreis ist die üppig mit gekerbten Tonleisten verzierte Ware der Kalenderbergkultur verbreitet. Zeugnisse des religiösen Lebens sind Kultwagen. Am bekanntesten ist der große bronzene Kultwagen von Stretweg. Um eine große stehende weibliche Mittelfigur, die mit den Armen einen Kessel über dem Haupt trägt, sind. Symmetrisch nach vorne und hinten gerichtet, jeweils zwei Figuren, die einen Hirsch am Geweih halten. Dahinter je eine Frau mit Horingen und ein Mann mit Beil, flankiert von je zwei Reitern mit Helm, Schild und Speer, positioniert. In ähnlichen kultischen Zusammenhang sind vielleicht auch Funde kompletter Hirschskelette oder Spuren von Aufzäumungen angebissen von Hirschkühnen. In Siedlungsarealen zu stellen. Latene Kultur Die Latene Kultur der jüngeren Eisenzeit löste unter anfänglicher Fortführung heilstädtischer Traditionen die Heilstadtzeit ab. Die Salzmetropolen am Dörnberg und in Heilstadt geben dafür gutes Beispiel. In Tirol bilden sich mit der Frützins-Sanzinokultur und im Bodensee-Rheintal mit der schneller Ware lokale Besonderheiten heraus. Die Latene Kultur wird dreigeteilt, ältere, mittlere und späte Latene Zeit. Durch die antiken Hochkulturen des Mittelmeerraumes stehen die Kelten an der Schwelle zur Frühgeschichte. Ohne eigenständige Schriftgeschichte wird doch in antiken Quellen immer wieder über sie berichtet. Daher kann jetzt erstmals ein Volk auf österreichischem Boden beim Namen genannt werden. Träger der Latene Kultur waren die Kelten, von denen auch in Österreich zahlreiche Stammesnamen bekannt sind und regional zugeordnet werden können. Das erste politische Gebilde auf österreichischem Boden ist das Regnum Noricum. Um 170 vor Christus verhandelte, wie Titus Livius berichtet, eine römische Gesandtschaft mit dem Stammesbündnis, zu dem nicht nur die Noritzer, sondern weitere Stämme gehörten. Möglicherweise ging es um einen Freundschaftsvertrag, um weiteren Raubzügen vorzubeugen oder um ein Handelsabkommen mit der um 181, 182 vor Christus gegründeten Siedlung Aquilaia zu sichern. Bedeutende Neuerungen dieser Zeit sind auf der Töpferscheibe gedrehte Keramik und die Prägung von Münzen. Die eigenständige Münzproduktion wurde ausgelöst durch Zahlungen an keltische Söldner mit Prägungen von Philipp II und Alexander der Große sowie durch Handelskontakte zu Italien und Griechenland. Die keltischen Münzen lassen trotz der typisch keltischen Motivik ihre ursprünglichen Vorlagen noch erkennen. Der Kulturkontakt zu Griechenland zeigt sich besonders interessant durch eine Reihe gleichartiger Bohrtreppernationen, die mit einem Kronentreppern griechischer Herkunft in Katzelsdorf und Guntramsdorf durchgeführt wurden. Spärliche Nachweise von Schrift mit Beziehungen zum etruskischen Alphabet belegen den Kontakt mit Italien. Rätische Weihe in Schriften vom Schneidjoch und venetische Weihe Tiefelchen und Fels in Schriften am Plöckenpass und finden in Törlzeugen von erfolgreichen Überquerungen und weisen vielleicht auf ein Heiligtum auf der Gorina bei Delach. Reiche Rohstoffvorkommen und die blühende Eisenindustrie brachte im Kontakt mit dem Römern wirtschaftlichen Aufschwung. Das im Römischen Reich begehrte Forum Noricum reichte an die Qualität von Werkzeugstahl heran. Im Bezirk Oberpolendorf wurden rund 20.000 Pingen als Spuren des Tagebaus auf Rasenaisenetz gezählt. Von den Verhütungsplätzen, wo in Rennöfen das Eisen ausgeschmolzen wurde, sind zahllose Oberflächenfunde bekannt. Befestigte Höhensiedlungen, die teils schon in der Bronzezeit bestanden, wurden bis zur Spät-Latene-Zeit zu Zentren des kulturellen und rechtlichen Lebens ausgebaut. Ein solcher Zentralort wird aufgrund der Beschreibungen bei Julius Caesar oft als Obidum bezeichnet. Befestigte Höhensiedlungen mit Zentralortfunktion befanden sich unter anderem am Magda-Linsberg, am Braunsberg bei Heimburg und weit von Kanuntum, am Oberleiserberg, am Umlaufberg von Altenburg, am Leopoldsberg, am Grünberg und dem Freienberg in Linz und dem Kulm bei Weiz. Schließlich ist die Höhensiedlung Burg in Schwarzenbach zu nennen. Schwarzenbach mit seinem guten Blick in die Oberpolendorfer Bucht dürfte die Eisenindustrie des Mittelburgenlands kontrolliert haben. Die Siedlung auf dem Magda-Linsberg in Kärnten hatte hingegen große Bedeutung als Handelszentrum zwischen dem rasch wachsenden Imperium Romanum und dem Königreich Noricum. Etliche dieser Obida wurden nach der Eingliederung ins Römische Reich von den Römern übernommen und überbaut. So wurde das Zentrum der Brigantii zuerst zum römischen Brigantium und schließlich zum heutigen Brigants. Mit der römischen Übernahme der keltischen Gebiete endet die Urgeschichte in weiten Teilen Österreichs. Die Gebiete nördlich der Donau rücken in das Licht der germanischen Frühgeschichte.